Hallo Leute und Willkommen auf LioQuerz. Im heutigen Tutorial möchte ich euch eine vollautomatische Weiche, die gleich zwei Funktionen hat. Erstens sortiert die Minecarts abwechselnd nach links und nach rechts. Dann das nächste, das man hinstellt, kommt nach links. Und zum zweiten, verhindert diese automatische Weiche auch, dass Minecarts, egal von welcher Seite sie kommen, auf diese Schiene rausfahren. Denn alles, was hier reinkommt, fährt nach links weiter. Und alles, was von links kommt, fährt nach rechts weiter. Und dass man halt sicher sein kann, dass kein Minecart von der Weiche aus in diese Richtung fahren würde. Das Ganze kann man sogar kombinieren, denn selbst wenn ein Minecart von hierher kommt, fährt es ja nach links. Und das heißt, das nächste würde nach links. Also fährt es von hier aus gesehen nach links. Und das nächste würde dann wieder hier runterfahren. Das Ganze lässt sich auch mit sehr wenig Aufwand bauen. Sogar im Survival. Man braucht dafür nur sechsmal einsmal zwei Blöcke Platz. Man braucht zweimal Pisten oder Kolben. Dann braucht man sechs Schienen. Zwei Detektor Schienen. Und einen Redstone Block, damit das so aussieht. Und wenn man es ein bisschen schöner haben will, geht das auch so. Macht den selben Zweck, kann ich mal vorführen. Da braucht man dann allerdings auch etwas mehr Material. Zeige ich euch aber auch. So, ich fange jetzt einfach mal mit dem System an, wo ich euch schon das Material für gezeigt habe. Man fängt an, indem man sich seine Schiene baut. Daher. Und beschließt, dass dieser Block hier soll die Weiche werden. Dann geht man nach rechts und nach links jeweils einen Block. Und bepowert jetzt erstmal die Schiene mit meinem Redstone Block. Jetzt seht ihr, bei mir geht es nach links. Ich kann das dann auch nach rechts weitergehen. Je nachdem, wie man es baut. Und dann geht man an die Seite, wo die Schiene hinführt. Also bei mir ist es jetzt nach links. Setzt man als erstes einen Kolben. Und dann geht man hier rum. Und setzt nach der Kurve direkt die Detektor Schiene. Auf der anderen Seite verfährt man ähnlich weiter. Nur, dass man hier zwei Schienen geradeaus laufen lässt. Und danach erst die Kurve mit der Detektor Rail macht. Auch hier kommt wieder ein Kolben hin. Und dann wäre das System fertig. Hier könnt ihr dann hinten noch eure Schienen weiterbauen. Oder die Lagermöglichkeiten. Oder auch selbstverständlich geht es auch, wenn man mehrere von diesen Systemen hintereinander tut. Ich zeige euch mal schnell vor, was wir gebaut haben. Dass das auch tatsächlich funktioniert. Das erste Mal geht nach links. Dann schaltet dieses Flip-Flop um. Und das zweite Mal reicht nicht. Das Ganze jetzt noch in einer etwas unsichtbaren Variante. Damit ihr das besser sehen könnt, habe ich das hier einmal etwas erhöht gebaut. So dass ihr das hier. Diese Ebene ist euer Boden. Für diese Variante braucht ihr etwas mehr Platz. Also drei Blöcke lang. Vier Blöcke tief. Und vier Blöcke breit. Dann braucht ihr je nachdem wie ihr es baut. Zwei bis drei Redstone. Das erkläre ich dann aber auch nochmal. Ein Redstone Block. Eine Redstone Fackel. Dann zwei Kolben. Und zwei Detektor Schienen. Und am Ende fünf normale Schienen. zusätzlich zu eurer Strecke vorne und hinten. Kann ich noch fliegen, ja. So. Hier soll unsere Weiche sein. Diese Schiene. Da führe ich von Anfang an jetzt mal eine Schiene hin. So. Ich mache das jetzt erstmal. Hier fülle ich das aus. Hätte ich vielleicht vorher machen sollen. Ach. Ist jetzt aber auch egal. So. Als erstes kommen links und rechts jeweils eine Schiene, damit die Weiche entsteht. Die Weiche wird jetzt erstmal mit dem Redstone Block gepowert, damit ihr seht, wo hier, wo das hingeht. Das geht. In diesem Fall würde die Weiche, wenn sie bepowert ist, nach links gehen. Das heißt, links wird eine Schiene freigelassen. Also eine Schiene freigelassen. Und danach kommt erst die Kurve. So. Und rechts kommt dann sofort die Kurve. Wenn ihr den Block wegnehmt, sollte das dann so aussehen. Oder halt auch einmal ab hier, ab hier Spiegel verkehrt. Das liegt auch daran, wie ihr es baut. Von der, in der Welt. Also ob ihr das jetzt so ausgerichtet oder so ausgerichtet baut. So. Anschließend, nachdem hier auf beiden Seiten eine gerade Schiene nach unten wieder ging, baut ihr auf beide Seiten die Detektorschiene. So. Und dann grabt ihr euch unter diesen Block hier. und legt da auf beide Seiten euren Kolben. Anschließend tut ihr dazwischen, das ist egal, ob ihr es auf die rechte oder auf die linke Seite macht. Ich mache es jetzt besser auf die rechte, weil ich da noch hin muss. Das kann man offen lassen. Legt euren Kolben hin. An sich, das Flipflop würde jetzt schon funktionieren. Allerdings noch durch die Weichenansteuerung. Deswegen kommen hier noch zweimal Redstone hin. Dieses Redstone wird dann in einen Block geleitet. Wenn ihr das in die Erde baut, ist da, denke ich, einer. Und da drauf kommt eine Fackel. Und dann funktioniert auch dieses System. Ich kann es euch auch mal schnell vorführen. Hat alle Funktionen, die dieses System haben soll. Das erste geht nach links. Das Flipflop schaltet dann auch um. Und das zweite geht nach rechts. Selbst wenn von hier was kommt, natürlich jetzt nochmal. Damit ich das platzieren kann, zum Beispiel normale Schienen hin. So, und das würde dann genau funktionieren, dass das links fällt. Nun komme ich noch zu der Variante, wo ich vorhin schon mal was erwähnt habe. Und zwar ist das ganze System, was ich euch hier gezeigt habe, auch möglich etwas schmaler zu bauen. So, allerdings bleibt dann hier noch ein Redstone sichtbar. Den kann man nicht, nicht oder nicht so einfach verstecken. Ich finde es so schöner, auch wenn man ihn eigentlich noch einen Block tiefer setzen könnte. Dazu baut man erstmal. Bei mir, bei euch ist das ja hoffentlich zu. Oder denke ich jetzt mal. Dazu baut ihr das hier ab. Und setzt diese Schiene einfach eine Reihe für. Und dann müsst ihr noch hier einen Redstone entweder auf den Kolben oder einen Block drüber setzen. Wie ihr das macht, ist euer Ding. Und ich würde, wenn man die Schiene nochmal kurz... Na, das ist eigentlich egal. Muss man gar nicht. Man kann sie noch bekommen. Aber spätestens, wenn ein Minecraft wieder drüber fährt, stellt sie sich auch noch etwas um. Es gibt einen Blockupdate. Und dann funktioniert das genauso. Der Vorteil an der Variante ist, es sieht einfach symmetrisch aus. Dafür gibt es hier noch einen Redstone. Mir gefallen beide Varianten von der Sorten gut. Und ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr mir einen Daumen hoch geben. Wenn es euch nicht gefallen hat, könnt ihr mir einen Daumen runter geben. Und dann würde ich mal sagen, tschüss, bis bald.